hey und willkommen zu einer neuen folge von utubers liffe ja wie sie sind in der letzten folge umgezogen ich drücke mal auf play damit das video wir haben mitarbeiter und ich muss jetzt schneidi schneidi noch machen schneidi schneidi mit schneidi ja ich muss ein bisschen einblenden dann ein bisschen fast einstellen habe natürlich ein titel muss dabei sein ja auch wenn es nur akzeptabel ist ich bin schon über 33 bei videobearbeitung 0 video kategorie freigeschaltet ach ja ich war ja level ich habe auch ein talent jetzt habe ich nicht nehmen drei videos mit einem mitarbeiter auf also ich gehe jetzt mal da hoch genau geh mal da hoch wenn wir noch kein pc kaufen was denn dann warte nimmst du jetzt ein video auf zu call of fury mein gameplay einfach ein ründchen call of fury ja war da muss muss halt seine hilfe der macht alles schlecht eine ahnung icosoft bitte gib mir ein vertrag wo enttäuscht was aber ich noch nicht mal auf dem event war und weil ich vielleicht wieder mal ein tippa posten muss hallo ihr hübschen alter ja 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 ist okay also steigt hallo das zahlen wir miteinander auch der pc ist kaputt ja ich komm ich ruste auf weiß auch drauf ne reparier komm der type ist sofort von der türen Hilfe. Ich gehe arbeiten. Weil ich Geld brauche. Ich muss in den Schub. Die ganze Zeit Halsschmerzen. Weil wegen, ja, die ganze Zeit reden und dann noch folgen und dann, ja, okay. Beste Kombination. Ausgehen. Fans wollen nicht mehr auf Events hin. Oh, ja, warte. Ich glaube, hier kann ich ja... Ah, ne, nein. Was ist denn die Superparty? Keine Ahnung, ich gehe da hin. Einladen. Ja, da, die... Nein? Ja. Warte. Und erst mal reden. Heute nach eine Party. Ja. Ja, ist, ist, ist schon okay. Auch wenn ich, äh, gerade am Verhunger bin, es ist ja ja. Zeige Ergebnisse des Videos. Äh, ein... Ich habe es nicht gesehen. Oh, oh, wer bist denn du? Du hast ein Ausrufezeichen. Warte, 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 warte kurz. Ah, könnte ich das gar nicht haben. Ich habe... Ich habe, dass du... Ja. Alter, geil. Über U-Tuberin. Oh, das ist auch ein Punkt. Laurin. Freund. Ja. Okay. Die neue Karten. Ich kann nicht drauf drücken. Ich muss jetzt echt die ganzen 4 Minuten hier bleiben. Ja, der Fins war. Hallöchen, bist du Julian? Ich habe wieder ganz gut... Ja. Ich muss mir auf Events gehen, Alter. Das ist der nächste Probenplatz. Alter. Fremder. Äh. Hey, ich habe ja eine lange erfolgreiche Partnerschaft. Wer wissen du? Keine Ahnung. Was gibt es da hinten? Reden? Ja, gleich rede ich mir dir. Keine Sorge. Solisiv für Produkte. Okay, ich muss, äh, flirten. Ja, brech ab da. Hier hin, Alter. Guck mal. Zwingers, meine ich. Oh, lol. Das geht auch nicht nach vorne. Wie ist es gelang, Alter? Ich muss nicht über U-Tuber reden. Und denen ein Geschenk geben. Und... Äh... 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 ...ja... ...ja... Kannst du mal aus mir rausgehen, bitte? Den immer ein bisschen, äh, flirten. Ja, 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 ja. Ich stehe in der Person drinne. Tanzen haben. Ich hoffe, ich vergiss da nicht was einzublenden. Ich hoffe, ich vergiss es nicht. Warte, erst mal, ich mach flirten. ein geschenk warm ja 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 bester freundes war er muss mir sagen gibt den geschenk ich hab ich hab geld noch habe ich auch danach noch weil ich im pack placement mache über aruren ja 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 jetzt können wir noch mal über YouTuberin? Dann einmal, äh, flirten. Kann ich eigentlich, wenn ich jetzt hier bin, jetzt mal aus Interesse. Äh, Pippa? Nachrichten. Heute ist Party. Ja, aber wenn ich auf einem Event bin, kann ich das auch posten. Äh. Geschenk geben. Hier. Tada. Der Typ hat auch immer gesagt. Tada. Äh, umarmen? Nein, nicht. Nein, 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 nein. Kriegst du noch ein Geschenk? Kriegst du noch mehr Blumen? Hier. Hier, kriegst du noch ein Geschenk? Ich kaufe, ich kaufe dich. Mit Blumen. Okay, dann erstmal über Ukuburin. Bin mir sicher, dass deine Videos, deine Videos und Winde so viele Abonnenten das haben. Oh, 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 oh. Die sind, die sind Weltklasse. Äh, tanzen. Oh, nochmal. Dann kriegst du noch ein Geschenk, komm. Also, quasi, kann man sich die Sachen immer kaufen, weil die zu den Geschenken nie nein sagen. Komm, ein Geschenk noch. Nein, jetzt habe ich Geld auszugeben, aber er hat jetzt nicht erhöht. Erstmal schlafen, jetzt. Nein, nicht schlafen. Hotdog. So, Karten. Was hatte ich denn Neues an Karten? Nichts. Besonderes. Doch, die hier. Ja, habe ich nicht die Punkte für. Äh, was sagt man? Essen? Ja, das ist, äh, Essen. Und dann einmal bitte Brot. Damit sich das komplett fühlt. Kann ich dich nicht passen oder sowas jetzt? Profil ansehen. Komm, nee, komm. 22, ich... 2 Videos pro... Performance, 2 Videos pro Woche. Ich verlängere dich mal auf 2 Monate. Blenden ist jetzt Mitarbeiter. Ja, da sind die Spiele jetzt. Oh Gott. Ja. Da wollte ich mich draufklicken. Ich wollte Pause machen. Das war es jetzt auch mit dem Video. Ja, das ist eine Bewertung da. Äh, oh. Ja, das ist eine geile Disco. Also, ich war noch nie in einer, aber ja, ja. Äh, ja. So, wie gesagt, das ist eine Bewertung da. Und... Ja. Morgen kommt das nächste... Das nächste Part. Das nächste Part. Morgen kommt das nächste Part. So, und jetzt, äh, kommt, äh, das Endcard. Tschüss. Vorstellungsrund. Rogues. Ich werde dich einfach mal健 Rein superstar tun. Ja, danke. Ja. meine Frage. Ja, danke. Ja. Vielen Dank.